Hallo liebe Freunde und Freunde, Liene rettet es. Seid ihr alle noch daheim? Oder seid ihr fortgefliegt? Mann hat das gestern naht bei uns gepustet. Aber nicht so viel, dass die Kühe weggeflossen sind. Nein, nein, nein. Und ich bin auch nicht weggefliegt. Aber ich war gestern naht ja auch nicht raus. Ich bin noch rausgegangen, da hat es nur ein bisschen gewindet. Ja, wir haben nicht hart, bei uns ist nicht viel passiert. Nö, alle anderen drumherum haben Probleme gehabt. Mir nicht. Haha, das ist halt mein Fraulienchen, weil mir in der Senke lieg. Mir lieg so da, da so, dass der Wind oben drüber wegpusteln kann, ja. Ich hoffe, es geht's all gut und es ist nicht allzu viel passiert bei euch, ne. Ja, und, 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 und sagt Dankeschön an alle Feuerwehr und THWs und Rotes Kreuz. So, und ich sag tschüss, euer Merlin. Und, 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 und. Okay. ab. τb